Schon immer ist eins gesetzt, ein Darlehenszins ist immer höher als ein Guthabenszins. Außer ich nehme Darlehen für X und habe Ahnung vom Investieren in echte Geschäfte und mache echte Deals. Grüß dich, herzlich willkommen zum neuen Cashflow-Tipp, wie du garantiert 4,1% Minus machst. Der eine oder andere wird sagen, ja klasse, das will ich gar nicht wissen, wie mache ich Minus? Man spricht sonst immer von einem Mindestzins oder von einer Mindestrendite. Hier sprechen wir heute mal von einem garantierten Minuszins, kein Mindestzins, sondern Minuszins. Und da stellst du dir die Frage, würdest du heute irgendein Produkt abschließen, wo du von vornherein garantiert diese Zahl mindestens mal minus 4,1% oder auch gerne mehr machst, dann würde jeder von euch sagen, auf keinen Fall, ich bin nur nicht doof, wenn ich von vornherein weiß, dass ich damit immer der Verlierer bin und mein Geld wird weniger wert in der Kaufkraft. Der Grund, warum das ja draußen passiert und der Grund, warum Millionen von Deutschen massiv in dieser Situation drin sind, hat ja folgenden Hintergrund. Wenn du aktuell, ja ich frage jetzt mal ganz direkt, hast du aktuell Geld auf deinem Konto? Ja und jetzt sagst du, ja ich habe Geld auf meinem Konto. So, jetzt sagen wir mal, das bist du. Dann zeige ich euch nämlich gleich noch was. Ich sage, ja ich habe Geld auf meinem Konto. Wie viel Geld hast du auf deinem Konto bei der Bank? So, und dann sagst du, 1.000 Euro, 4.000 Euro, 10.000 Euro, 50.000 Euro. Eventuell, je nach Bank, bezahle ich dann schon ein sogenanntes Verwahrentgelt, das heißt ein Minuszins. Ja, spannend. Ja, schöne Bezeichnung, Verwahrentgelt. Ja, weil wir dein Geld verwahren, möchten wir dafür eine Bezahlung. Das heißt, als wären die irgendwelche Portfolio-Manager und verwalten jetzt zukünftig dein Vermögen. Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, du hast 10.000 Euro, die bei der Bank liegen. Früher gab es noch Zinsen. Heute spricht man von einer Liquiditätsverzichtsprämie. In den meisten Fällen zahle ich auf jeden Fall schon mal diesen Minuszins. Aber darum geht es bei dieser Thematik nicht. Jetzt runde ich mal auf und bin ja noch freundlich und sage, wir bekommen heute bei einer Geldanlage 1%. Bei einer Geldanlage. Sehr schwer zu finden, außer es hat noch einen alten Bausparvertrag rumliegen oder sonstiges. Oder ein Prämiensparer, Flexsparer, da bin ich vielleicht bei 1% oder mehr. Wobei diese Verträge oftmals von den Gesellschaften gekündigt werden, ist auch denen ja gutes Recht. Und man sich sagt, what the fuck? Ja, ich sage es mal, what the fuck? Warum können die mir einen Vertrag kündigen, wenn sie diese hohen Zinsen nicht mehr bezahlen wollen in der Niedrigzinsphase? Aber im Umkehrschluss komme ich nur schwer aus Verträgen raus, wenn die Zinsen so schlecht sind und muss ja auch noch Geld drauf bezahlen. So, jetzt habe ich hier 10.000 Euro. Was passiert denn? Was passiert mit den 10.000 Euro? Wir kennen alle den Begriff Inflation. Hier steht es ja. Und das ist ja auch mein größter Feind. Und was viele nicht wissen, ist Folgendes. Die Bank behält jetzt 1% Mindestreserve ein. Das Federal Reserve System in Amerika oder USA hat diese Mindestreserve von 1%, sogar reduziert letztes Jahr im Corona-Zeitalter, ab März, auf 0%. Und hier liegen 10.000. Das heißt, wir haben hier auf der anderen Seite einen sogenannten Kreditnehmer, einen Schuldner, der sich einen Kredit aufnimmt von beispielsweise diesen 10.000 Euro. Nochmal, 9.900 darf die Bank verleihen. Und dann zahlt der auf der anderen Seite immer, und das ist das Entscheidende, immer einen höheren Zins, als man auf der einen Seite im Guthabenszinsbereich bekommt. Schon immer ist eins gesetzt, ein Darlehenszins ist immer höher als ein Guthabenszins, außer ich nehme ein Darlehen für X und habe Ahnung vom Investieren in echte Geschäfte und mache echte Deals. Dann kann ich ein Zinsdifferenzgeschäft für mich entscheiden. Das ist nämlich genau das, was die Bank macht. Hier drüben habe ich jetzt beispielsweise 4%. Ja, es gibt geringere Zinsen, es gibt höhere, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Hier entsteht ein sogenanntes Zinsdifferenzgeschäft. Und jetzt haben wir auf der anderen Seite was für eine Person. Wir haben eine Person, die sagt, wow, ich brauche Geld von der Bank. Und da ich Geld von der Bank brauche und eine gute Bonität habe, hole ich mir von der Bank hier, wir nehmen mal kurz eine fiktive Zahl von 170.000 Euro. Gute Bonität, zahlt 2% drauf. Und die wichtigste Frage, egal was der, ob der sich eine kleine Wohnung kauft, ob der sich ein Auto finanziert oder eine Kombi oder baut sein Business auf. 170.000 Euro, wo kommt dieses Geld her? Wo kommt dieses Geld her? Ganz einfach, weil hier in dem Spiel ist es ja nicht dabei. Das kommt hier oben von der EZB und zwar zu 0%. Das ist nämlich der Leitzins. Das heißt, deutsche Banken, je nach Bonität, können sich um das 18-fache refinanzieren. Amerikanische Banken machen das um das 54-fache. Und jetzt komme ich auf die Eingangsfrage zurück. Wer von euch würde aktuell Geld anlegen, wenn er weiß, jedes Jahr minus 4,1%? Die Inflationszahlen, die wir an den Kopf bekommen mit der statistischen Inflationsberechnung aus dem Warenkorbspiel oder berechnet sich die Wareinflation nach Geldmenge abzüglich Bruttoinlandsprodukt plus Verbraucherpreise. Und dort kommen jetzt in der Presse genau diese Zahlen das erste Mal von 4,1%. Das heißt, wenn immer mehr Geld entsteht hier aus dem Nichts, nimmt der Wert des Geldes, nehmt ab, okay, Wertverlust, weil wenn etwas x-beliebig, x-orbitant und exponentiell wächst, ist doch klar, dass der Wert nachlässt, weil so viel Dienstleistung, Produkte können ja per Bruttoinlandsprodukt ja gar nicht produziert werden. Also habe ich hier den wundervollen Begriff Inflation. Das heißt im ersten Schritt, alle Gelder, die du in Geldanlagen hast, verlierst du schon mal das Zinsspiel aufgrund der Inflation, weil der Darlehenszins immer höher ist als der Guthabenszins. Und wenn du nur Geld auf der Bank liegen hast, wenn du es einfach nur auf der Bank liegen hast oder du hast es in Cashgeld, dann machst du garantiert mit den Zahlen, die die Presse schreibt, okay, garantiert minus 4,1%. Und jetzt frage ich nochmal, wie intelligent ist es, wenn ich vorher gefragt habe, wer würde das tun und alle sagen, ich bin doch nicht doof, dann muss man mal ehrlich mit sich selbst sein, wie doof sind wir eigentlich alle? Wie doof sind wir alle? Geld, das rumliegt, bei der Geldmengenerweiterung, was wir haben, die EZB hat die Bilanzsumme innerhalb von einem Jahr, letztes Jahr, von 4,1 Billionen auf 8,1 Billionen erhöht. Das heißt einmal verdoppelt die Bilanzsumme, die Federal Reserve genauso oder das Federal Reserve System, alle Notenbanken auf der Welt. Es wurde letztes Jahr allein von März bis Dezember 20% aller jemals produzierten Euros, Dollars und kanadischen Dollar gedruckt aus dem Nichts, Fiat Money. Und da müssen wir uns doch die Frage stellen, wie lange wollen wir das noch angucken? Schaut euch die Obstpreise an, schaut euch Holzpreise, Türen, Riehgipsplatten, Dämmstoffe, Baumaterial, alles inflationiert und schießt durch die Decke. Und wir werden abgespeist mit der Zahl, die ja dann noch geringer ist. Das heißt, Geld ist wertloses Papier. Ich kann mit Geld nur zwei Dinge tun. Ich kann es tauschen gegen weitere Schulden, was die Menschheit hier macht mit sämtlichen Geldanlageprodukten oder ich kann es tauschen gegen echte Ware oder gegen echte Dienstleistungen. Ich tausche es ein, habe eine messbare Größe mit Gewicht, ein echter Sachwert oder ich tausche es gegen eine Dienstleistung oder ich skaliere mein Business daraus. Und wenn es wertlos ist, was früher oder später immer passiert in einem Geldsystem, was auf Zins und Zinseszins beruht, mit Inflation und Hyperinflation, der Zinseszinseffekt, das achte Weltwunder, sagt man so schön, hat Einstein gesagt, dann sollte man sich davor schützen. Und dann darf auch kein Geld mehr im größeren Stil in den Geldanlagen drin sein, auf der Bank liegen zu haben. Ja, aktuell 7,1 Billionen Sichtanlagen der Deutschen, 7,1 Billionen, ja, nee, stimmt gar nicht, ich habe aktueller Bericht, 7,33 Billionen, letztes Jahr waren es 6,4 Billionen. Das heißt, man sieht, dass die Geldvermögen der Deutschen rassend ansteigen, aber keine Ahnung hat, was er damit richtigerweise machen soll. Deswegen, wenn du wissen willst, was die Lösung ist, schau gerne mal den Videokurs, falls es noch nicht geschehen ist, unten verlinkt, dreiteiliger Videokurs. Dort ist im letzten Part auch aufgezeigt, wie die fünf reichsten Menschengruppen investieren, wie man in jeder wirtschaftlichen Lage profitiert und garantiert als Gewinner aus der Krise hervorgeht. Und lass mir gerne mal einen Kommentar, ob der Cashflow-Tipp dir gefallen hat. Schreib mal rein, lass ein Like da und abonniere auf jeden Fall den Channel und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne, viel Erfolg bei der Umsetzung, dein Tobias Rethaber, Cashflow-Experte Nummer 1.